Runde 1 Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Runde vorne, zum nächsten Duell. Wir tänzeln ein bisschen zum Anfang mit dem Gladiator rum. Wir gehen gegen eine Friedenshüterin. Mal gucken, was das wird. So, da kriegst du erstmal einen. Okay, er nimmt mich. Junge, die alte Sau hat mich vergiftet. Okay, ich bin down. Da brauche ich mich auch nicht mehr bewegen. Das Gift hätte mich schon getötet. Verloren! Streu noch mehr Salz in die Runde. Runde 2 So, jetzt muss es aber besser werden hier. Den harten Brauch ich irgendwie nicht mehr auspacken bei ihr. Ne, das läuft so nicht. So läuft es aber. Okay, was machen wir? Auf jeden Fall einfach nur entgegenspringen. Natürlich! 1-1, Mann. Runde 3 Oh, mit ihrer erotischen Stimme. Runde 3. Okay, ein Versuch war es nochmal wert. Ja! 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 Jawoll! Und wir springen wieder einfach entgegen. Wie eben. Ich habe so ein kleines Déjà-vu, Fräulein. Runde 4 Ja, komm, jetzt noch eine Runde. Das wäre doch nice. Benimm dich, benimm dich! Hau ab! Ja! Oh, shit! Oh, shit! Das war nichts. Oh, shit! Ich wollte einfach nur noch mal ihre sexy Stimme hören. Runde 5 Jawohl! Okay. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hier wird kein Ausdauer mehr. Ah, schade. Das war's. 2-3 verloren. Trägt auch einen guten Kämpft, Mann. Warum nicht? Man muss auch mal verlieren können. So. Will an Rückspiel? Wäre auf jeden Fall sehr nice. Villa sogar. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mit der Berserkerin ran. Gucken, ob er wieder mit der Friedenshütterin kommt. Nö. Mit Centurio. Da hab ich jetzt mal gar keinen Bock drauf, Alter. Ja, wir machen das Beste draus. Runde 1. Mit der Schnelligkeit am besten so ein bisschen punkten hier. Mann, da geht ja gar nichts durch. Na, auf mit deinem Stückefuß. Da hab ich Glück gehabt. Eine nicht saß. Da gibt's den fetten Schlag. Und die erste Runde müssen wir wieder abgeben. Runde 2. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Sehr schön. 1 1 rausgeholt runde 3 sprung so nicht genauso mehr jetzt habe ich schon wieder keine ausdruck nein gar nicht gut runde 4 ja vielleicht macht man spannendes ich hoffe es zumindest auf jeden fall schnelle runde schneller punkt warum nicht gleich so auf jeden fall hatten wir zwei spannende duelle würde ich sagen diesmal direkt drauf nein ach gott wieder keine ausdruck ich komme nicht mehr weg alles klar da ist doch der sieg 32 war wirklich ein richtig knappes ding und deswegen würde ich sagen waren zwei spannende duelle zwei gute duelle und ich hoffe natürlich dass euch wieder gefallen hat und würde sagen danke fürs zuschauen bis bis zum nächsten Mal und tschüss